Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Video. Ihr merkt jetzt schon, dass es ein wenig anders losgeht als sonst. Denn ich spreche hier einfach mal ganz frei schnauze wieder, quasi so wie früher, wer das noch kennt, vor Ewigkeiten. Einfach mal wieder eine Art Podcast oder Commentary und wie ihr es am Videotitel bestimmt schon gelesen habt, wird es hier nochmal ein wenig darum gehen, wie ich an Videos herangehe und warum ich nicht nur Halo-Videos mache. Das hat mehrere Gründe, die ich gleich ein bisschen aufschlüsseln werde. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach dazuhört, mal ein bisschen mit mir hinter die Kulissen kommt. Ja, ich nehme euch mit, packe euch ein und dann gehen wir hinter die Kulissen von Zillow TV. Und ja, ihr kriegt mal ein bisschen die Gründe mit und ja, negative Seiten, positive Seiten, genau. Zunächst kann ich das ja jetzt auch mal nutzen, wenn ich immer so ein bisschen freier rede, und ja, dass ich mich nochmal bei allen bedanke, die diesen Kanal, ja, seitdem ich ihn wieder gestartet habe, auf jeden Fall so unterstützt haben, dass wir mittlerweile schon, ja, auch wieder eine relativ große Abonnentenanzahl finden, die ich zumindest in so kurzer Zeit angesammelt haben und auch generell eigentlich immer viel Interaktion und so da ist. Ich finde es ja immer am coolsten, weil, ne, ich verdiene damit kein Geld und so. Deswegen ist das für mich so dieser Austausch immer cool, wenn Leute kommentieren und ich mir das manchmal nur durchlese, aber oft auch versuche zu antworten. Ich komme nochmal ein bisschen darauf an, was ich sonst noch so in meinem Leben zu tun habe. Aber genau, einfach dieser Austausch, dass man hört, was so andere Leute denken und, ähm, genau, einfach sich über seine Leidenschaften ausdrückt. Und da kommen wir nämlich auch schon zurück zum spannenden Thema. Ähm, dass es so ist, dass, ja, ich nicht nur Halo-Videos mache, weil mich einfach auch erst mal als eines dieser Punkte viele andere Sachen auch noch interessieren. Ich interessiere mich einfach allgemein für Medien, Popkultur und so. Das klingt immer so komisch, wenn das so zusammenfasst, aber es ist ja im Prinzip so. Also, Star Wars, Herr der Ringe, ähm, Herr der Ringe nochmal ganz speziell, weil durch Rings of Power, auch wenn das so eine Kontroverse ist, ich das dadurch nochmal entdeckt habe, dass ich die Bücher und so mich damit auch nochmal beschäftige, was ich halt so seitdem ich so neun oder zehn war, keine Ahnung, nicht mehr gemacht habe und deswegen da mich jetzt nochmal so reingefuchst habe ein bisschen und so. Und das mir halt auch allein schon sehr viel Spaß macht und deswegen cool ist. Und, ähm, ja, aber auch ich immer schon eine Leidenschaft für Game of Thrones hatte und da sehr viel, äh, ne Gusto, wer ja noch meinen alten, unseren alten Kanal kennt, da habe ich ja auch schon zu Staffel 6 und so Sachen gemacht damals. Also, durchaus immer ein bisschen breiter aufgestellt, von meinen Interessen her einfach schon immer war. Und, ähm, ja, Halo einfach nicht mein einziges Interesse ist, auch wenn ich natürlich so Halo eines dieser, jeder hat ja so, ja, von den großen Franchises im Gaming und im, ähm, ja, Film-Serien-Landschaft hat man ja immer so ein paar Sachen, die einen einfach immer so interessieren, ne? Es gibt Leute, die interessieren sich nicht für Star Wars, interessieren sich eher dann für DC, interessieren sich eher für Marvel, interessieren sich eher für, was weiß ich, und ich habe da sehr viele, aber so in den Kerngruppen ist halt Halo, Game of Thrones, ähm, Star Wars und, ja, Herr der Ringe jetzt auch wieder, ja, ähm, und da rührt meine Liebe hauptsächlich halt von der Original-Film-Trilogie her, äh, genau. Ja, so, und deswegen will ich das auch einfach hier irgendwie einbinden und, ähm, ja, das ist so immer der erste Grund. Auf der anderen Seite finde ich es bei Halo immer so, ganz egal, was man jetzt von Infinite und der Entwicklung, die dieses Spiel genommen hat und auch immer noch nehmen wird, ähm, hält, na, dass Halo einfach immer schon Phasen hatte, vor allem in den letzten zehn Jahren, wo man einfach immer wieder Sachen hatte, wo, ja, nicht so viel Großes passiert. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und so ein Kanal sein, der, äh, ja, sag ich mal, die alltäglichen News oder die kleinen Tweets von, äh, Joseph Staten oder so dann wieder, äh, kommentiert und so, aber, ja, ich will halt immer eher so die großen Entwicklungen dann vielleicht nicht mit befassen und, und so, ne, und jetzt nicht zu jedem kleinsten Kack dann da noch ein News-Video rauspumpen und so, äh, ja, das ist da einfach nicht so ganz meine Intention und, ähm, auch nicht so ganz mein Interesse und das ist auch sehr anstrengend, ja, wenn man halt immer so springen muss, ne, also ich kann mich ja da mal so auf diese Creator-Seite reinholen und das muss man alles auch in meine Relation setzen, da ich ja eben nicht davon lebe oder so und jetzt nichts damit verdiene, sondern das erstmal jetzt alles nur einfach privat aus Interesse mache, ist es halt so, dass es bei mir nicht so krass ist wie bei jemandem, der halt eben davon lebt. Aber man muss sich das halt immer so vorstellen, man muss immer so auf dem Schirm haben, okay, diese Themen sind gerade für mich relevant auf meinem Kanal und dann kommt da ein neuer Trailer zum Beispiel raus und dann ist es wichtig, vor allem, wenn man noch ein kleiner Creator ist, das kommt noch dazu, wenn man jetzt der Allergrößte ist, äh, die so, solchen, so eine Art von Content machen, ist das nochmal was anderes, da muss man auch schnell sein, weil die Leute sehen dann den Trailer und die, die sich dann für weiteres noch interessieren, suchen dann relativ schnell nach, indem sie den Trailer gesehen haben, auch nach zusätzlichem Content dazu, also sei es jetzt eine Trailer-Analyse oder was auch immer, ja, und wenn man dann schnell ist, kann man sich natürlich nochmal eher besser positionieren in der Search-History, im Algorithmus und kriegt dadurch dann auch ein paar Views und so, ne. So, und das ist halt als kleiner Creator eben ein bisschen schwieriger und, ähm, ja, aber wenn ein neuer Trailer dann halt kommt, dann geht einem so die, die Uhr los. Ein gutes Beispiel dafür ist jetzt vielleicht, ähm, das, ich hatte jetzt, äh, die Herr-Dringer-Analyse gemacht, hab zum zweiten Trailer, ja, und dann kam kurz danach noch der San Diego Comic Con Trailer, so ein paar Tage später oder eine Woche später und dann hatte ich gerade keine Zeit und war so mit anderen Dingen beschäftigt und war kaum so irgendwie und hab das dann auch den ersten Tag später mitbekommen und dann hatte ich auch keine Zeit zum Schneiden dann noch und dann ist es so versiegt, aber es wäre natürlich besser gewesen, auch wenn der Trailer, ja, sagen wir mal, nur noch ein bisschen aufgebaut auf dem Trailer, auf dem zweiten Trailer noch ein bisschen mehr geliefert hat, wäre das natürlich gut gewesen, da was rauszubringen. So, und das stresst dann immer so ein bisschen, weil man denkt, ah, jetzt verpasse ich das und dann, äh, und so, ne. Das ist so ein bisschen so ein mentaler Struggle, der da immer mit dieser ganzen Geschichte da so mit einhergeht. Und, ähm, ja, das sei auch nochmal gesagt, ähm, wenn man diesen Content macht und, ähm, ja, ist bei Halo halt auch genauso. Bei Halo ist es aber momentan so, dass eben, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, nicht viele große Sachen passieren und die ich mir jetzt auch nicht, ja, wie im Deutschen und Englischen, hauptsächlich sehe ich es im englischsprachigen Bereich, muss ich sagen, eigentlich, ähm, bei den großen Halo-YouTubern, die auch eben damit Geld verdienen, die dann gezwungen sind, Content zu machen, obwohl gar nichts passiert, Neues, und sich dann immer so ein bisschen was, naja, aus den Fingern saugen müssen manchmal auch, habe ich zumindest den Eindruck, ähm, ja, um da halt regelmäßigen Content draus zu machen oder halt eben die allerkleinsten News immer covern, ne. Und, ähm, ja, das möchte ich einfach nicht machen, das ist nicht so mein Ding, ne. Also deswegen, ähm, ja, beschäftige ich mich dann halt auch mit anderen Sachen und da mich eben diese anderen Sachen auch interessieren. So, äh, ja, einhergehend damit jetzt auch weiterhin als auf dieser Content-Creator-Sache ist es manchmal ein bisschen schade für mich persönlich, und das soll es natürlich nicht, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, wie dieser Channel momentan wächst und, äh, generell ist eine sehr positive Einstellung von mir da und ich denke auch von den meisten von euch, aber, ähm, ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass man wieder so, ne, und ich kenne das ja auch, da ich ja, ne, wer jetzt die Story nicht kennt, wir haben schon 2010 einen Kanal gemacht und, äh, es gibt ja auch das Halo-Cluster, wer das kennt, das ist ja so ein Zusammenschluss an deutschen Halo-Content-Creatoren quasi, ähm, auch in Community verbunden und so und nicht allen Halo-Content-Creator in Deutschland, da war so eine Handvoll und so und, äh, ja, da auch schon sehr lange aktiv und so und ich habe das Gefühl, dass ich auch mit diesem Channel jetzt wieder so ein bisschen in die Ecke gekommen bin, dass Leute einen so als Halo-YouTuber in Anführungsstrichen abstempeln, obwohl ich ja eigentlich nicht das sein will und ich auch schon, bevor diese Halo-Welle, die ja auf meinem Kanal dann wieder kam, logischerweise, weil einfach Halo Infinite rauskam und ich auch gehypt war und da auch viel kam und mir viele Ideen kommen und wieso soll ich dann sagen, nein, ich mache jetzt mit Absicht nicht diese Videos, wo ich gerade viele Ideen habe und ja auch eine Perspektive habe, da man ja eben schon so lange Halo-Fan ist und so, ähm, ja, aber dass man so ein bisschen abgestempelt wird als der Halo-YouTuber und dass halt Leute dann sich auch nur die Halo-Videos prima angucken, ne? Sehr extrem fand ich das jetzt wieder, ne? Ich muss sagen, ich nehme das jetzt hier auf, bevor ich, ähm, am 10.8. in den Urlaub fahre. Ihr werdet das Video wahrscheinlich erst einen guten Ticken später sehen. Ja, ich bin momentan im Urlaub in Island, dazu wird dann vielleicht auch noch ein Video kommen, aber, äh, ja, dass man so abgestempelt wird und die Leute sich dann auch nur die Halo-Videos angucken. Genau gesehen habe ich das jetzt, ist vor kurzem live gegangen an dem Better Call Saul-Video, was ich gemacht habe zum Beispiel, ne? Wo auch sehr viel Liebe und so von mir reingeflossen ist, aber was dann die Leute einfach nicht interessiert. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn es dann logischerweise ein bisschen weniger vielleicht Interesse da stößt, aber, naja, so ab so einem gewissen Punkt, ne? Dann kommt immer wieder Diskussion auf die, früher, ne, auf YouTube, das war ja früher noch eine Sache, dass Leute alle Sellouts sind, wenn sie sich für View-Zahlen interessieren. Ich denke, da hat sich heute auch bei Zuschauern das Verständnis doch mal verändert, weil warum sollte ich YouTube-Videos machen, wenn ich nicht möchte, dass das auch Leute sich anschauen, ne? Genau, und nicht nur die View-Zahl hochgeht, deswegen meine ich eingangs halt, dass auch Kommentare kommen, wo ich mir dann, ne, es ist ja schon, das fand ich ja an diesem Kanal jetzt hier auch lange so cool, dass dann immer wieder Kommentare kamen, die einfach, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist echt cool, eine coole Perspektive, nochmal eine coole Meinung und so auch bei diesem ganzen Story-DLC und Endless-Halo-Infinite-Debatten, die da waren und so, das war alles echt wow und so und da kommen echt immer wieder coole Sachen rein, da freue ich mich dann echt drüber und dann denke ich mir, ja, ne? Klar, wenn jetzt die Herr-der-Ringe-Trailer-Analyse plötzlich über 3000 Views hat, freut mich das natürlich auch, aber, ne, es ist für mich auch eben dieser Austausch, der jetzt so ein bisschen den Drive gibt und, ja, wenn sich das dann halt keiner anschaut, dann hat das irgendwie ein, zwei Kommentare oder so, ist das natürlich durchaus demotiviert, ne? Und das muss ich ja eigentlich, finde ich, auch gar nicht rechtfertigen, ne, wie ich es jetzt gerade eigentlich getan habe, aber es ist einfach ein bisschen demotivierend und so. Und dann hat man halt das Gefühl, dass man so abgestempelt wird, ne? Und dass man halt so auf Halo reduziert wird und die Leute sich nur für den Halo-Content interessieren und das findet man dann eben sehr schade und das war auch ein Grund, warum ich jetzt nochmal dieses Video hier machen wollte, ne? Genau. Ja, und auf Dauer würde es mir, muss ich sagen, mit Halo auch zu eintönig werden, ne? Das ist halt so eine Sache, ich glaube, von jedem Franchise, egal wie sehr man es liebt, braucht man auch immer mal wieder eine Pause und Abstand und so, damit man das auch wieder appreciaten kann und das ist bei Halo halt auch so, deswegen könnte ich das jetzt, glaube ich, nicht jeden Tag irgendwie dann Halo-Videos rausbauen oder so, ne? Aber ja, so, das war so ein bisschen meine Erklärung. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ähm, nö. Nö, ich habe jetzt auch noch viele Ideen, ne? Und damit komme ich auch zum, ja, letzten Punkt in diesem Video für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Ideen, was generell Content angeht, immer gerne schreiben, ja? Nicht nur jetzt hier, aber im Speziellen, wenn euch jetzt gerade noch was einfällt, was ihr gerne sehen möchtet. Ähm, ich habe noch einmal einen Kommentar im Hinterkopf gehabt, ähm, von Aegon, glaube ich. Sorry, wenn ich jetzt den Namen verwechsel. Ähm, ja, dass noch mehr House of the Dragons auch gerne auch kommen kann und so. Ähm, wie gesagt, ne? Wundert euch nicht. Jetzt läuft es wahrscheinlich momentan gerade an oder erst kurz davor. Ne? Ich hab's auf dem Schirm, bin aber wie gesagt im Urlaub bis Anfang September. Das heißt, erst dann kann ich mich damit beschäftigen, aber dann werde ich auf jeden Fall irgendwas auch noch dazu machen. Und, ähm, ja, zur Herr-der-Ringe-Serie werden noch Sachen kommen. Und, ja, ne? Dann natürlich auch, wenn irgendwann eine zweite Staffel von der Halo-Serie kommt dazu. Das war ja auch sehr cool. Obwohl die Serie ja, wie gesagt, durchwachsen war, ne? Allein diese Auseinandersetzung war sehr cool. Ne? Und einfach die Entwicklung von Infinite noch weiter betrachten und so. Und immer mal wieder ein bisschen was zu Halo in Underwight. Ich mach ihn zu Lore oder zu, äh, ja, den Büchern jetzt auch, ne? Wie es jetzt auch eben auch kam oder noch kommen wird, wenn es noch nichts ist. Je nachdem, in welche Reihenfolge ich das dann veröffentliche. Genau. Aber schreibt mir auch gerne, was ihr sehen möchtet. Ich hab, wie gesagt, noch andere coole Serien. Ne? Wenn vielleicht dann es so langsamer losgeht mit The Boys Staffel 4, werde ich dann dazu was machen. Jetzt ist ja gerade Staffel 3 vorbei. Das heißt, das Interesse für The Boys wird jetzt auch erstmal ein bisschen abschwappen. Deswegen brauch ich da jetzt, glaub ich, nicht sofort reinsteigen, aber so generell da auch. Und so weiter, ne? Also generell in solche Richtungen. Aber wenn ihr irgendwelche Franchises oder irgendwelche Serien oder irgendwas habt, ne, wo ihr gerne mehr zu sehen möchtet, schreibt's mir gerne. Oder auch so ein Erklärvideo einfach gerne mal hättet, ne? Zu einem bestimmten Thema in Halo oder Herr der Ringe oder Star Wars oder so, ne? Dann gerne mal raushauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wie gesagt, das ist jetzt hier so ein Video außer der Reihe, ne? Es wird jetzt ja auch nicht der große neue Content. Er wird einfach immer reden und so, ne? Obwohl ich überlegt hatte, ein Solo-Podcast, das wäre auch noch so eine Idee, ne? Aber dann denke ich mir wieder, habe ich einfach noch nicht die Reichweite zu oder generell nicht die Reichweite zu, dass das wirklich erfolgreich werden würde, ne? Auch in relativen Ansätzen gesprochen. Deswegen mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, ne? Checkt auch Twitch ab, ne? Freue ich mich immer sehr. Und, ähm, ja. Macht euch noch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Woche, Wochenende. Ja, macht es gut und vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.